Ich bin Marius Henze, Orthopädie-Schuh-Technikermeister und wir sehen uns auf der OT World 2018. Wer kann heute noch behaupten, Schuhe herzustellen, wie man mit Schweinsbursten und Pechtrad einen Schuhboden zusammennäht. Und mittlerweile, wenn wir in die Werkstätten schauen, sehen wir Fräsen, 3D-Drucker, Faserverbundstoffe, Carbon aus dem Rennsport. Damit ist das Ganze so breit gefächert, dass der Job einfach Spaß macht. Meine OT World ist ein Treffen unter Kollegen. Am Ende ist es immer schön, auch alte Arbeitskollegen, alte Mitstreiter aus der Meisterschule zu treffen, denen man sich natürlich auch nochmal austauschen kann. Ich freue mich erstmal ganz gemütlich, über die Fläche zu schlendern, zu schauen, was gibt es Neues, neue Fertigungsmethoden, interessante Vorträge, wo man einfach Erfahrungen auch austauschen kann. Wer nicht auf der Strecke bleiben möchte, der sollte sich das Ganze anschauen.